Mit einem Dobson-Teleskop jedes Objekt finden, das Sie sich wünschen und zwar ohne langes Suchen. Das Omegon Push Plus macht es möglich. Wie genau und was dieses Teleskop anders macht, erfahren Sie jetzt. Hallo, ich bin Markus Schenk von Astroshop. Herzlich willkommen in unserem Kanal über Teleskope und Tipps zur praktischen Beobachtung. Dieses Mal wollen wir Ihnen ein Teleskop vorstellen, das wir Push Plus genannt haben und das wir auch bei uns hier im Haus entwickelt haben. Wenn Sie erfahren wollen, was der Unterschied zu einem klassischen Dobson-Teleskop ist, dann viel Spaß beim Anschauen. Das ist ein klassisches Dobson-Teleskop für visuelle Beobachter und wunderbar dazu geeignet, Objekte zu suchen und zu beobachten. Es ist rein manuell zu steuern und Sie müssen die Objekte selbst aufsuchen. Aber eine ausreichend intensive Beschäftigung mit dem Sternenhimmel ist eine Voraussetzung. Hier daneben sehen Sie ein Go-To-Teleskop auf einem Dreibein-Stativ. Es ist das Gegenteil von einem Dobson-Teleskop. Der Aufbau und die Ausrichtung bedeuten deutlich mehr Aufwand. Sie haben aber hier einen leistungsfähigen Teleskop-Computer, der Ihnen auf Knopfdruck jedes Objekt über die Motoren automatisch einstellt. Ein Stern, ein Planet, ein Komet, ein Deep-Sky-Objekt wie eine Galaxie, das alles ist auf Knopfdruck sofort möglich und das Teleskop stellt Ihnen dieses Objekt dann schon in die Okularmitte ein. Und hier schließlich eine ältere Entwicklung, ein Dobson-Teleskop mit einer Push-To-Technologie. Über ein kleines Display zeigt es Ihnen an, wo Sie den Tubus mit der Hand hindrücken müssen, um ein Objekt zu finden. Auf dem Display wird M57 angezeigt. Die Zahlen rechts oben geben an, wie weit das Teleskop vom Objekt entfernt ist. Die Pfeile zeigen die Richtung, in die das Teleskop bewegt werden sollte, an. Steht überall 0, ist das Ziel schließlich erreicht. Die Pfeile zeigen die Richtung, in die das Teleskop bewegt werden sollte, an. Das Omegon Push Plus ist ein Teleskop mit einer Push-To-Technologie, allerdings auf Höhe der Zeit, dank einer modernen Entwicklung. Dieses Teleskop kommuniziert über digitale Encoder, einem Bluetooth-Modul und einer Planetariums-App für Smartphones mit unglaublich vielen Funktionen. Sie bewegen das Teleskop manuell zu einem Objekt. Der Bildschirm Ihres Smartphones zeigt Ihnen aber den Weg dorthin. Grafisch dargestellt, mit allen Möglichkeiten und Updates, die moderne Apps heute so bieten. Es ist eine Technik, die zwischen einem Go-To-Teleskop und einem manuellen Dobson-Teleskop liegt. Sie müssen also kein Profi am Himmel sein und Sie finden sogar Objekte, die manuell nur sehr schwer zu finden wären. Das hier ist übrigens das Push-Plus-Dobson mit einem Omegon Pro 8-Zoll-Tubus. Mit dünnen Fangspiegelstreben und einem parabolischen Hauptspiegel. Das macht die Beobachtung zum Spaßfaktor. Die große Push-Plus-Version gibt es auch als Standalone-Rockerbox, mit der Sie einen Tubus Ihrer Wahl bis zu 8 Zoll montieren können. Oder Push-Plus Mini als kompaktes Teleskop, hier mit einem 6-Zoll-Omegon Pro-Tubus mit 2-Zoll-Crayford-Okularauszug. Das Einsteiger-Set zum günstigen Preis mit braunem 6-Zoll-Tubus, einem Viertel-Zoll-Okularauszug und LED-Sucher. Auch ein ideales Geschenk für Kinder und Erwachsene, denn damit können Sie schon Mond, Mondkrater, Planeten, Sternhaufen und auch schon Nebelobjekte erkennen. Das dritte Set, Push-Plus Mini mit einem Skywatcher 6-Zoll-Tubus. Und auch hier wieder Push-Plus Mini als Standalone-Rockerbox für einen Tubus Ihrer Wahl bis zu 6 Zoll. Besorgen Sie sich eine aktuelle Sky-Safari-Plus-App, mindestens Version 4 oder höher. Stecken Sie dann jetzt die Stromversorgung an. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone ein. Rufen Sie die Einstellungen Ihres Smartphones auf und gehen Sie in die Option Bluetooth. Wählen Sie aus der Liste erkannter Geräte Push-Plus. In der Regel wären Sie jetzt nach einem Anmelde-Code gefragt. Geben Sie 1, 2, 3, 4 ein. Wenn Sie Push-Plus schon einmal angemeldet haben, verbindet sich das Gerät beim nächsten Mal selbst. Verlassen Sie die Einstellungen und öffnen Sie die Sky-Safari-App. Tippen Sie unten in der Leiste auf Einstellungen-Settings. Drücken Sie Time & Date und geben Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein. Oder drücken Sie einfach auf Now. Gehen Sie wieder zurück ins Menü und dann auf Location. Wählen Sie Ihren Beobachtungsort oder geben Sie die Koordinaten ein. Und achten Sie darauf, die richtige Hemisphäre Nord-Süd und die richtige Meridian-Position West-Ost zu wählen. Kehren Sie ins Einstellungsmenü zurück und scrollen Sie runter bis Telescope und wählen Sie Setup. Unter Equipment-Selection-Scope-Type muss Orion Intelli-Scope stehen. Unter Mount-Type Alt-Ads-Push-To. Achten Sie darauf, dass hier zweimal plus 36.000 Steps eingetragen ist. Und im Scope-Setup Connect via Bluetooth. Auch diese Einstellung müssen Sie nur einmal durchführen. Jetzt verlassen Sie die App und beenden Sie. Danach sind die Einstellungen abgeschlossen. Die nördliche Krone im Westen. Heute ist der Himmel klar. Im Norden sehen wir den großen Wagen und knapp darüber den kleinen Wagen mit dem Polarstern. Den wir aber für das Push-Plus-Dobsen gar nicht brauchen. Trotzdem ist die Nacht optimal, um zu beobachten. Stellen Sie das Teleskop waagrecht am Beobachtungsort auf. Damit erreichen Sie eine genauere Präzision. Das ist wichtig für das Encoder-System, insbesondere dann, wenn Sie später nicht zwei Sterne kalibrieren wollen. Befestigen Sie den Tubus in der Prismenaufnahme der Montierung. Hier gibt es zwei Schrauben, um ihn zu fixieren. Nun ist das Push-Plus-Dobsen-Teleskop fertig aufgebaut und bereit zur Beobachtung. Natürlich müssen wir den Deckel noch abnehmen. Ultrawichtig vor der Beobachtung, bewegen Sie das Teleskop auf die Indexmarken, sowohl in der Höhenachse als auch in der Azimut-Achse. Stecken Sie erst dann die Stromversorgung an. Sie können dazu einen kleinen USB-Akku verwenden oder ein gewöhnliches 12-Volt-Netzteil. Sie sehen, dass die rote LED blinkt. Starten Sie dann die App. Drücken Sie unten in der Leiste auf Connect. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie einen Ton und die LED leuchtet permanent. Wenn Sie das Teleskop jetzt bewegen, sehen Sie, wie dieses kleine Fadenkreuz über den Sternenhimmel der App wandert. Jetzt geht's an das Kalibrieren von zwei Referenzsternen. Damit erreichen Sie eine Genauigkeit von bis zu 0,5 Grad. Die Sterne sollten nicht weiter als 30 Grad auseinanderstehen. 30 Grad sind etwa drei ausgestreckte Fäuste nebeneinander. Bitte keine Sterne am Horizont oder im Zenit. Nutzen Sie das Sucherfernrohr und das Okular und stellen Sie den ersten hellen Referenzstern mit einer geringen Vergrößerung ein. Übrigens, wenn Sie den Tubos möglichst nach oben und nah links bei der Zentrierung des Referenzsterns bewegen, wird die Genauigkeit nochmal erhöht. Scrollen Sie auf dem Display ein wenig hinein und tippen Sie in der Karte auf den eben im Teleskop eingestellten Stern, um den dann ein kleines Kreuz erscheint. Drücken Sie jetzt Align und zur Bestätigung nochmal Align. In diesem Beispiel wurde das Teleskop auf den Sternatelier geeicht. Scrollen Sie nun wieder raus. Für eine höhere Genauigkeit wählen Sie nun einen zweiten Stern. Und zwar genau auf die gleiche Weise, wie Sie das auch mit dem ersten Referenzstern schon gemacht haben. Natürlich dürfen Sie nicht vergessen, den Stern nicht nur im Display, sondern auch im Teleskop einzustellen. Bei der Eichung des zweiten Sterns ist das Teleskop kalibriert. Wie finden Sie nun Ihre Objekte? Es gibt zwei Möglichkeiten. Zoomen Sie in die Sternkarte rein oder raus, bewegen Sie sich virtuell über den Himmel und wählen Sie mit dem Tippen auf ein Objekt Ihr Ziel. Zoomen Sie jetzt wieder raus, bis Sie das virtuelle Fadenkreuz des Teleskops sehen. Das Fadenkreuz und das Objekt sollten sich möglichst gleichzeitig sichtbar auf dem Display befinden. So in etwa sieht das Ganze dann aus Sicht des Teleskops am Himmel aus. Oder wählen Sie Ihr Objekt nach Namen und Kategorien. Berühren Sie die Lupe, tippen Sie direkt in das Suchfeld den Namen des Objekts oder suchen Sie zum Beispiel nach Deep-Sky-Objekten. Wählen Sie dann ein Objekt aus und drücken Sie Center. Bewegen Sie dann wie auch zuvor das Teleskop zum Objekt. Natürlich können Sie das Display auch auf eine Rotlichtbeleuchtung einstellen, um die Dunkeladaption Ihres Auges zu erhalten. Das Geniale an PIRCH-Plus, Sie haben ein modernes Dobson-Teleskop mit sehr präzisen digitalen Encodern und einem Objektfindersystem, das Ihnen jederzeit jedes Objekt zeigt. Aber trotzdem bleibt auch dieses Dobson-Feeling, das Sie bei einem normalen Dobson-Teleskop haben, auch mit diesem Teleskop erhalten. Dann sage ich vielen Dank fürs Anschauen und viel Spaß unterm Sternenhimmel. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen.